Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, wir haben das letzte Mal Banditenlager ausgerichtet, aber das Wichtigste ist, ja, wir haben die Burg eingenommen, mit ein bisschen gemord. Aber eventuell hilft doch das auch, dass die Swadier nicht so stark sind, weil sie viele Truppen verloren haben. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, nur vier Truppen verloren. Ist mir egal. Deshalb geht doch das alles viel besser, oder? Ja, jetzt müssen wir Harlaus. Da, ja. Hervorragende Arbeit. Schon 20. Okay. Hi Support, du. Ich werde euch sagen, wenn ich unterstütze. Ich würde mich für diese Ehre gerne selbst ernennen. Ich werde es... Ja komm, wir nehmen's aber. Lassen es. Richtig. Ich kann im Moment keine Entscheidung fehlen. Jetzt plötzlich. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, aber... Naja. Wir sehen's ja dann. Das sind nur Scheißsachen, ey. Ist ja heftigst. Okay. Ich schau mal. Bonduk. Der ist... Äh... Ja. Zweihändig schwer. Zweihändig spart. Haben wir da nicht so guten. Ich würde den Hammer loswerden nehmen. Ja, natürlich. Stärke und Eisenschwarte. Sch nowhere. Nach dem Wasser, mal ... Na ja, wir nehmen hier noch einen Handwerfen für ihn. Ha. Können ja ... es war zwei Handwerfen nicht ... ähm ... Stärke und ... Hast du Schilde? Na ja. Ja. Scheinbar nicht. Schilde. Du bist an unser Tank. Macht. Ja. Du bist zu... Du hast nicht 2 und du hast 31. Nimmst du den Hammer? Gut. Ist doch egal, ich habe mir das Schild gelevelt. Okay. Ja. Dann machen wir noch die Quest. Vom Gädenmeister. Okay, das ist wieder die Quest. Da sind sie schon. Lästige Banditen. Okay, nah davon sagt man, dass ich nicht so gut nach. Okay. Keine Art Keggit hat wieder Truppen. Also dann werden wir mal ein bisschen schnitzeln, gell, Trubchen? Ah, das gibt Freude. Da kommt doch ein bisschen Freude auf. Ja, schaut her, diese kleinen Clones. Wir gehen zu den Nahkämpfern. Oder direkt hier. Der ist schon tot, okay. Äh, von hinten. Ich habe den von hinten angegriffen und getötet. Okay. Ich habe so viel Reichweite noch hinten. Ohohoho. Sterbt. Genau. Die können nicht fliehen, die Armen. Müssen wir nicht nass werden. Gut. Ohohoho. Ohoho. Banditen. Ja, eben. Keine A-A-Auchstufen. Wir haben so wenig Geld. Äh, ich möchte kurz schauen, ein Pferd mit Reiten. Nein, das brauchen wir nicht. Äh. Äh, ja, äh, eigentlich sollten Künferd werden. Oh, ich habe so eine Sucht. Nach Aufstufen. Ich habe eine Riesensucht. Meluka hat jetzt, also er hat fünf, dann bekommt, wieviel? Eins. Nein. Für vier oder fünf bekommt es schon. Nein, ich stehe in die Schenke. What, Banditen? Was ist denn los? Das ist ja nicht normal, ey. Diese Zufälle. Schon fertig. Kommt noch einer? Nein. Ha, ha. Darf man sich nicht mal in die Schenke begeben? Das geht man nicht. Falscher Weg. Weg da. Prima. Quest abgeben. Zwei Anziehen. Okay, jetzt haben wir sieben. Vielleicht nicht. Nach Heimann? Ich kann doch das nicht nach Heim ablegen. Nach ein paar Tagen, ja. 100 Stunden. Spacken. Die Spinnen. Ah, hin, hey. Naja, ist ja nicht so weit, aber... Nicht in die Kriegszoll. Äh, eventuell muss ich sie doch eine annehmen. Ach, Mist. Auf jeden Fall mal speichern wieder. Ha, jaja, die Quests manchmal. Selber drittend. Ich wollte ihn eh mal beschützen. Die Bevölkerung befürwortet euch etwas. So. Hässliches Dorf. Ich glaube, ich mag es immer wie weniger. Nein, nicht ins Dorfzentrum. Ist demnach das Gleiche. Okay, ähm, wir machen die Quest. Ist ja nicht ganz so schlimm. Wir haben gespeichert. Gut. Weil sonst bekommen wir ja keine neue Quest. Und ja, ist nicht so gut, weil wir jetzt hier müssen es sein. Und jetzt machen wir die Quests hier alle. Boah, sind das viele. Das ist ja heftigst. Ja, wir haben ja aufgeregt, als wir die erste Härte bringen mussten. Aber jetzt können wir schön viele und glückliche Momente mit der Scheißsteuerung der Rinder verbringen. Ah, ja. Ich freue mich so. Ah nein, ist ja nicht so schlimm. Also ja, mit ein paar Fehlerchen kommen wir trotzdem gut an. Ich muss aber gucken, dass wir richtig gern. Es gibt ja auch diese Musik da von den Geschicklichkeitssendungen, also Spielchen und so. Ich weiss jetzt nicht, wie die geht. Ich kann mir halt nicht so gut alles merken. Ich habe heute wieder gemerkt, dass ich so schlecht schlafen konnte, wie unkonzentriert ich bin. Das ist so richtig. Tausende Sachen fahren in mich rein, in meine Gedanken. Sie kommen einfach nicht mehr richtig an. Das ist Wahnsinn. Wenn man einfach zu... Ja, nehmen wir sie an. Aber bitte auf Deutsch wäre schon schön, oder? Okay, dann gehen wir wieder zurück, okay. Hin und her, hin und her. Aber wir machen einfach Quests für diese zwei Dörfer. Wir haben das schlechteste Dorf am Rande der Menschheit. Das wird so eine Freude aus uns sein. Das andere Dorf ist ja nicht mal mehr... Er ist ja immer noch verarmt. Königare Kumpina von König Wergi ist des Zwerats angeklagt. Das Fürste wird alle Besitzungen entlegt. Okay. Aber wohin wurde er geschickt? Aber irgendwie hat er gar keine Truppen mehr irgendwie. Oder wird es automatisch, wenn wir halt zu wenig Ding haben. Also wenn ein Reich zu wenig Städte und Burgen haben, dass sie dann weggehen. Sozusagen. Einfach weggehen. Nicht Verreiter sind. Okay. Ähm. Oben ist ja nichts. Ne. Hier ist auch noch nichts. Okay. Müssen wir jetzt hier noch etwas mit dem Schankwehr drehen. Ne, oder? Gut. Ich muss aber Geld verdienen irgendwie. Es wäre schon gut, wenn wir jetzt eigentlich... hier das Dorf beschützen, wegen den Toxen. Aber scheinbar ist es immer noch... Ding. Ich gehe mal kurz zu Charakter, ähm... Eme und Gisim. Gisim. Wo ist denn Gisim? Ist das so anders? Hä? Ist das ein Gisim? Irgendwo muss doch Gisim sein. Dort oben. Nein, nein. Wir sind am Rande der Welt und wir werden Krieg gegen Ding haben. Nords. Unterprozentig. Nein. Gehen wir nach... Ähm... Gisim. Nicht Gisim, sondern D-Dirim. Hm. Schon schwer, hä? Wir werden dann mal einem... Ja, es wird sowieso Braven sein. Oder Suno. Wir werden einfach einen Bauern dann noch folgen vom Dorf. Ihr Liebe. 5,8. Ja. Geh nur du. Okay. Die kennen wir nicht, ja. Ich kann es nicht beschützen. Ich muss... Ich muss... Vorwärts machen. Hm. Nieser. Eigentlich möchte ich hier noch Ding haben. Was habt ihr so wenig Waffen? Oh, dicker. Und so wenig Geld. So viel Weizen habt ihr. Jetzt gehen wir direkt nach Suno oder so. Nach Norden gegangen. Aha. Nochmal einer. Gerluch. Sons ist ein Sultanat. Hahaha. Ich glaube, die Leute haben irgendwie keinen Bock mehr auf die alten Könige. Das war auch irgendwo hier oben gewesen. Da. Ah, von Eme. Cool. Der Wohlstand von Eme hat sich von Arm nach Durchschnitt verändert. Von Gizem von sehr Arm nach Durchschnitt. Gut. Jetzt haben wir mehr Taxen. Hahaha. Jetzt werde ich langsam auch so zu einem Geldarschloch. So ist es genug weit. Könnt ihr jetzt ja mich verlassen. Verlasst mich jetzt. Hey, lasst mich jetzt. Ich töte euch sowieso. Die, die, die wollen mich wirklich. Wir sind ja, wir sind langsamer. Nein, ich hätte ihn da bei der Karawane angreifen können. Könnt ihr diese Kräfte nicht vermieden werden? Ich möchte nicht mehr über euch kämpfen. Wir haben super Truppen. Ich werde das nicht hinnehmen. Angriff. Genau. Ich will. Angriff. Steck sie fest. zerstört sie, zerquetscht sie, zervernichtet sie. Einfach vernichten. Ja, genau. Genau. Tötet mich noch. Vernichtet sie. Jetzt treffe ich manchmal die nicht. Komisches Kampfsystem. Jeremu, level up. Er freut mich. Ich habe ihn aber getroffen. 14 Schaden. Okay. Sehr schön. Ja, ich muss. Die werden sterben dort vorne. Sehr schön. Genau, habt ihr sie aufgesplitest. Sehr schön. Da haben wir auch einen wieder vernichtet. Das war dich erretten. Nein. Was macht denn hier laut? Nein. Nein, okay, geht lang so weit. Nein, okay, geht lang so weit. Ja, gib mir auch einen. Danke. Toll, wieso verlieren wir jetzt plötzlich so viel, äh. Basha, du, level 12. Klingenschwester, nein. Nein, nicht Klingenschwester, nein. Danke, dass du mich gekillsteilt hast. Hey, wer geht, meister schützt, ey. Kommt doch viele Truppen. Klingenschwester, aber es ist gut, dass wir Truppenverluste haben. Ich will nur nicht die guten verlieren, wie zum Beispiel Klingenschwester. Hey, irgendwie muss ich doch ganz viele Klingenschwester bekommen. Ich will so eine Frauenarmee haben. Eine extreme Frauenarmee. Ich werde mal schauen, dass ich den Titel umändere. Und ihn so mache, dass ich entweder das kurz schreibe und dann unten drunter die, ähm, Besonderheiten des Let's Plays schildere, also zum Beispiel HD und German. Das wird zwar scheinlich auch nicht gelesen, aber, ähm, ich möchte einfach, dass der Titel noch ein bisschen Abwesung hat, dann mache ich die Let's Plays eventuell langsam so. Einfach am Anfang das nach oben lassen, dann später unten lassen. Weil ich möchte einfach, mit da ein bisschen, ja, Abwesung im Titel und so führen. Tod und andere. Nein, nicht abhauen. Nein, ey, was ist denn? Ich habe durch ihn durchgeschlagen. Der Grund ist einfach, dass die Titel langsam relativ langweilig sind, auch für mich. Vor allem für mich. Und, ähm, dass die äh, Titel einfach Abwesung in der Suche haben. Und, dass die Spiele auch mehr mich finden, also die, die Zuschauer auch mich mehr finden. So, was haben wir denn hier? Grosse Sack herketische Pfeile. Die brauche ich für mich selber wahrscheinlich. Ja. Okay, dann gehst du runter. Dann nimmst du, gehst du rauf. Stur. Schwer. 50, 44, 16. Das ist krass, hä? So viele Pfeile, die gut sind, müssen wir alle nehmen. Okay, lassen wir es. Ähm. Jetzt muss ich schauen. Jetzt haben wir so viele bessere. Komm, machen wir da noch ein paar Tranen. Hier auch noch. Machen wir Mameluke. Ja, komm. Scharfschütze, genau. Die Scharfschütze brauchen wir. Okay, ähm. Dann brauche ich noch, genau, die Truppenhochstufen. Schon wieder Baschetour. Das tut sich schon an. Nein, das ist der andere. Bogenzugkraft. So, eigentlich Geschicklichkeit. Geschicklichkeit, Waffenmeister. Bogen schießen, hä? Okay. Chere muss natürlich. Intelligenz. Ja, wir bekommen sogar nochmals eins über. Okay, machen wir da die zwei, weil erste Hilfe ist ja nicht so richtig. und tun bei ihm Stangenwaffen, ja, nein, werfen. Scheiße. Intelligenz. Die unteren zwei. Und werfen. Und vielleicht bekommst du ja mal eine Wurfwaffe. Vielleicht habe ich sogar eine. Bin da unter Streitkolben. 34. Jetzt müssen wir leider alle Pfeile auswischen, hä? Da, der hat einen Pfeil. Der ist auch kakaierische Pfeile. Wer hat noch ein... Das ist eine Armbrust. Ja, das hat sowieso... Haben die nicht Bolzen? Ja, Bolzen haben die natürlich auch in diesem Spiel. Genau. Dann tun wir die auswechseln. Kleti ist immer noch so schlecht. Ausgerüstet. Ne, das geht nicht. 22. Dann nehmen wir so einen Helm. Rüstung haben wir leider nicht. 22, 16, 20. Dann nimmst du den. Oh, das ist so cool. Also, prima. Nehmen wir den Helm hier hoch. Prima. Und Schild haben wir auch nicht. Hm. Prima. Ah, wir haben noch ein Pferd. Ich weiß nicht, Kleti, hast du irgendwelche... Reiten? Nein, du hast nichts im Reiten. Kleti, du bist Aufklärung. Okay. Sperrwerfer kommen. Also, sehr schön geklappt. Jetzt müssen wir einfach irgendwie... Jetzt erst mal speichern. Und jetzt mal nach Gießen gehen. Jetzt ist es wichtig, dass wir irgendwie die Truppen... Am besten umgesteckt haben. Ich brauche eine Burg. Ich kann in dem Lager auch keine Dinge geben. Truppen. Nein. Ja, mö. Jetzt gehst du oben durch. Da ist wahrscheinlich so ein unsichtbarer Klippe noch. Hm. Also, Gießen. Verwaltet dieses Dorf. Dorf hat keine Verbesserungen. Fertig sein. Das ist diese Stage. Das ist diese Stage. Eine Mühle. Ja. Wir müssen es machen. Komm. mit Flachspindel. Oh, cool. Asiatisch irgendwie. Ist ja genial. An einer Klippe. Also, habe ich noch nie gesehen, dieses Dorf. Noch nie reingeschaut. Das ist ja heftigst. Mega Klippen. Cool. Wo haben wir ihn? Wo ist er denn? Da oben? Das ist ja blöde. Kommt man denn hier hoch? Du, nein. Böses Teilchen. Wir verlieren unsere Zeit. Ja, Getreide. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Paar wieder. Dankeschön. Und ja. Viel Spaß noch mit anderen Videos. Tschüss.